ihr lieben frauen heute wieder ein video aus der freien natur und vor allem zum thema freiheit was darf ich mir alles erlauben und das ist auch ein thema das wir in dem mastermind die frau die alles hat ganz genau anschauen weil die frau die alles hat darf sich auch alles erlauben darf sich alles erlauben und da sind wir bei einem ganz großen thema warum sollte ich mir irgendetwas nicht erlauben wenn ich mich hier in einem universum der endlosigkeit befinde alles ist endlos hier alles wird von mir kreiert es gibt keine einschränkung es gibt keine beschränkung und es gibt auch keine bedingungen und diese ganzen bedingungen die wir uns auferlegen es geht nur so wenn es so ist und ich darf nur das haben wenn ich mir es zum beispiel erarbeitet habe ich muss die dinge mit viel schweiß und zeitaufwand bezahlen ich muss mich so und so anziehen ich muss so und so sprechen damit man mich versteht ich muss so und so mich präsentieren damit es richtig ist und das sind alles beschränkungen das sind alles bedingungen und das sind genau diese dinge die dich davon trennen die frau zu sein die alles hat die dir vorgaukeln das leben spielt auf eine beschränkte art und weise aber das tut sie nicht das tut es nicht denn wir sind die schöpfer du bist der schöpfer deiner welt ich bin die schöpferin meiner welt ich sag wo es lang geht in meiner welt und mein herz führt mich und alles was sich nicht nach herz und nach liebe und nach freiheit und nach großer großer schwingung anhört das ist halt nicht wahr weil die schwingung meines waren innersten die schwingung deiner wahren göttlichkeit die schwingung die deine ursprungsschwingung die essenz schwingung was auch immer für eine schwingung die wird von dir kreiert und diese schwingung zieht gemäß law of attraction gesetz der anziehung die dinge an die auf dieser schwingungsebene liegen nur wie komme ich in die schwingung meiner dinge wie komme ich in die schwingung wo die sachen sind die ich mir wünsche und die frau die alles hat die weiß wie sie in diese schwingung kommt die weiß wie sie eine schwingung kreiert die weiß wie sie einen zustand kreiert und das lerne ich dir in dem mastermind die frau die alles hat wie du deine schwingung kreierst wie du nichts aufgesetztes machen musst du musst keine tools du musst keine permanenten meditationen anwenden du musst nichts tun außer etwas ganz kleines und das ist so einfach und das widerspricht nichts und das widerstrebt nichts das braucht keine disziplin und schon bist du in der schwingung der frau die alles hat und schon eröffnet sich dieses leben die in einer ganz anderen art und weise ich freue mich riesig auf dich im mastermind freue mich riesig wenn du dir die große version gönnst und dir einen mentor an die seite holst deine mentorin deine persönliche ich freue mich riesig wenn du dich als vip fühlst und für dich das beste wählst in diesem mastermind nutze das early bird angebot 1800 euro statt 2200 euro bist du early bird dabei dann hast du eigentlich schon deine 500 euro für deine persönliche vip mentorin eigentlich nur eingespart indem du dich jetzt schon dafür entschieden hast dass du vip bist sei vip behandle dich wie ein vip und das leben wird dir beweisen dass du richtig gewählt hast ich wünsche dir einen wunderschönen tag noch oder eine wunderschöne nacht einen wunderschönen abend wann immer du das anschaust bist du auf youtube bitte hinterlass mir ein like bitte abonniere meinen kanal ich werde permanent videos hier hochladen die dich inspirieren die dich befreien die dich in deine wahrheit bringen und auch wenn du jetzt hier als mann zuschaust teile es mit deinen ladies denn in jeder lady steckt die frau drin die alles hat die alles darf die sich alles erlaubt und ich freue mich so dass mir das gelungen ist dieses wunderbare mastermind anzubieten und auf die beine zu stellen bye bye